Was ist für dich geboren? Geboren bin ich im März 1934 in Bühl, das ist eine kleine Stadt südlich von Baden-Baden, im Badischen. Ich erinnere mich besonders natürlich an die Progromnacht, denn das war doch ein traumatisches Ereignis, besonders für ein Kind von viereinhalb Jahren. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mich an die Hand genommen hat und wir sind sehr schnell davon gelaufen oder vorbeigelaufen. Und ich erinnere mich an die brennende Synagoge. Ich erinnere mich auch, was nach der Kristallnacht geschehen ist. Die Menge oder der Böbel hat sich dann an das Haus gewendet, in dem wir gewohnt haben, alle jüdischen Bewohner der Stadt und haben versucht einzudringen. Im letzten Moment ist dann die Polizei gekommen. Mein Vater wurde nach der Kristallnacht nach Dachau deportiert, zusammen mit seinem Bruder in Baden-Baden und kam dann im Januar 1939 zurück. Woran ich mich erinnere, ist, dass er nachher zur Zwangsarbeit gerufen wurde. Jeden Früh musste er weg und er hatte am Straßenbau für die Armee arbeiten müssen. Also dann haben wir gewartet. Wir haben warten müssen, weil aus Deutschland konnten wir nicht raus. Und wie alle badischen Juden und aus der Pfalz sind wir im Oktober 1940 deportiert worden in ein Lager in Südfrankreich, Gürs. Und dort sind die jüdischen Personen, die im Lager waren und die Not, den Hunger, die Krankheiten überlebt haben, sind ab Juli 1942 nach Auschwitz deportiert worden. Meine beiden Eltern wurden nach Auschwitz deportiert und sind nicht zurückgekommen. Meine Großmutter ist im Lager gestorben in Gürs. Aber mich hat man rausgenommen im Frühling 1941 von einer jüdischen Kinderhilfsorganisation. Zuerst war ich in Kinderheimen dieser Organisation. Und von 1942 an bis zum Ende 1944 war ich in verschiedenen französischen, katholischen Familien versteckt. Versteckt wurde ich in Mittelfrankreich in drei verschiedenen Departements, also wie Länder in Deutschland. Und wie gesagt, von einer Familie zur anderen. Bei einer Familie war ich dreimal mit Unterbrüchen. Und die sind als Gerechte unter den Völkern anerkannt worden. Und als es allzu gefährlich war, Ende 1943, haben sie mich zur Mutter dieses Ehepaars gebracht, in einem ganz kleinen Dorf. Und die alte Dame, die alte Witwe, ist auch anerkannt worden als Gerechte unter den Nationen. Erinnern Sie sich an den Namen der Familie? Sicher, wir haben sie nach dem Krieg jedes Jahr besucht. Zuerst ich allein, dann mit meiner Frau und auch mit unseren Kindern. Das Ehepaar hieß Jules und Jeanne Roger. Und die Großmutter, wie ich sie nannte, Louise Roger. Nach der Befreiung Frankreichs Ende 1944, da war ich noch bei dieser alten Witwe versteckt, wusste man natürlich nicht, was aus mir werden soll. Niemand wusste, was mit meinen Eltern und meiner Familie geschehen war. Und da hat man mich in eines der Kinderheime zurückgebracht. Und dort haben wir gewartet, bis oder ob jemand mich abholen kommt. Und nach einigen Monaten hat sich herausgestellt, dass fast meine ganze Familie umgekommen war, ermordet worden war. Und bin ich zurück zu diesem Ehepaar, bei dem ich schon früher war, das eben anerkannt wurde als Gerechte unter den Völkern. Und da haben wir weiter gewartet, was aus mir werden soll. Ende 1945 bekam ich einen Brief aus der Schweiz von einem Herrn, der sagte, er sei ein weit entfernt Verwandter und lud mich ein. Und Anfang 1946 bin ich zu diesem Mann und seiner Frau gekommen, bin dort geblieben. Inzwischen haben wir erfahren, dass meine Familie umgekommen ist. Und sie haben mich adoptiert. Ich bin also das adoptierte Kind von Herrn und Frau Löb. Und 1958 bin ich nach Israel gekommen, haben geheiratet, haben Kinder, Enkelkinder, wohnen in Jerusalem. Und als ich pensioniert wurde, kam ich zu Yad Vashem. Und seit einigen Jahren bin ich in der Kommission für die Gerechten unter den Völkern. Und es ist natürlich sehr viel Arbeit, schwere Arbeit, aber eine dankbare Arbeit. Und ich empfinde es als meine Pflicht, dies zu tun, um mich irgendwie dankbar zu zeigen, dass ich überlebt habe, dank solchen Gerechten unter den Völkern.